Hallo Leute, hier spricht euer Imperator und wir sind wieder zurück bei Forz. Mit der Mission Massenvernichtungswaffen. Eine Überwachung hat ergeben, dass der Feind mehr Öl hat, als er brauchen kann. Verbessern Sie Ihre Präzisionswaffenteam, um seine Panzerung zu durchbrechen. So, Ziele. Jetzt zerstören Sie das Feindliche vor, also wie immer. Verändern Sie, dass der Feind einen Schuss abgibt. Es wird das schwerste sein. Gewinnen Sie durch eine Kettenreaktion. Das wird das leichteste sein. So, Ihr Geheimdienst hat versagt. Die Ölbohrturm ist so ausgedocknt wie das Land. Ignorieren Sie die Fesse, sie sind alle leer. Behalten Sie das Öl, wir wollen die Massenvernichtungswaffen. Wir haben Hinweise bekommen, dass der Feind Präzisionswaffe in diesen Nestern setzen wird. Ihr Reaktor wird durch Panzerung geschützt. Nutzen Sie Präzisionswaffen, um die des Feindes auszuschalten. Bauen Sie eine Brücke zum Optimierungszentrum. Verbessern Sie mit seiner Hilfe die Präzisionswaffe und zum Fahrzeug rechnen Präzisionswaffen und zerstören Sie den Feindlichen Reaktor. Bauen Sie das Land wie der Großkommander. Alles klar, sollte kein Problem sein. So, dann machen wir Upgraden, Upgraden, Upgraden. Wenn wir hier noch irgendwo was reinbauen. Hier vielleicht so. Jetzt hoffen wir, dass er noch kann. Okay, hab schon Schluss abgegeben, schon versagt. Das ist immer sehr schlecht einzuschätzen. Noch weiter runter. Und schon hat er Schluss abgegeben. So. Oh, 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 oh. Ja, das haben wir hier. So. Ein bisschen höher. Perfekt. Ein bisschen höher. Perfekt. Perfekt. So, mit dabei können wir den. Jetzt bräuchte hier wieder einbauen. Ein bisschen. Okay. Zack, 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 zack. Zack. Ähm, hier unten. Zack. 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 Ah. Jetzt. Komm schon. Zack. Zack 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 Ähm Da hier rein Ähm Das war scheisse Nein Perfekt Das wollte ich nicht Das wollte ich auch nicht Ach komm Ah sorry Anschluss abgegeben Okay Ich weiß glaube ich wie wir das machen müssen So jetzt möchte ich was ausprobieren Das ist die mittlere Okay Wir stellen den hier ein Wie wir den brauchen Genau So Ich glaube die waren schon Eingestellt Genau Der ist auch eingestellt Der war glaube ich Der war eingestellt schon Die müssen wir noch einstellen So Dann Dann Mach mal hier Zack 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 Dann haben wir hier Mitte Komm Zack Zack Komm Komm schon Okay Wir müssen dann da nach oben Okay 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 Ja ich habe schon verstanden Mannes Ihr Langguss Dann machen wir unser Langguss Zack Zack So Dann möchte ich den hier upgraden Die anderen zwei behalten wir Auch Runden Bisschen höher Bisschen weiter runter Weiter runter So So Zack Zack Genau den müssen wir noch zu schnell zerstören Den haben dann wieder neben geschossen Der ist passt Hoch Hoch Nein 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 Ach Nicht so wie ich das möchte Nochmal Zack 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 Ah Jetzt ist der wieder kaputt gegangen So der wird jetzt abgequält Das passt schon Zack 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 Dann möchte ich hier noch eine Mauer haben Wo wir hier dann einen draufbauen Nochmal ? Zack 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 Ah komm Zack Dann bauen wir hier noch einen drauf. Zack. Zack. Schauen, dass wir hier durchschießen. So, upgraden. Scheiße. Zack. Zack. Ach komm. Bam. Hanik. Ah. Ein weiterer Versuch. Zack. 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 Der hat Upgraded the Bone via Red Soundhand Attack Zack 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 So, du gehst Nun kann ich hier So Jetzt muss ich das natürlich wieder neu einstellen So Oder ich mach die Abwechslung und dann schießen sie alle drei gleichzeitig auf den Turm Das können wir auch machen Ich glaub das wäre sogar ein bisschen sinnvoller Ja, entfiegt mir kommen Alles klar, ist mir egal Zack, zack, zack Irgendwie ergänzen, so aufgebaut Zack Ähm Zack Zack Das ist zu hoch Das ist zu hoch Zu niedrig Zu hoch Zu hoch Und er hat schon zurück geschossen Ja, ich hab schon verstanden Okay Okay, die eine Strebe Passt Passt Aber leider ist das falsche Ziel Noch weiter runter Noch weiter runter Sind wir ja noch schlechter als vorher Ja Vielleicht werden wir es so machen Zack 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 Und die Strebe da unten platzieren Vielleicht Ist dann besser So Perfekt Okay, wir werden das upgraden Der ein bisschen höher Ein bisschen niedriger Perfekt Perfekt Schauen wir mal, wenn wir Die ersten Sachen jetzt noch nicht bauen So, dann baut Dann ist der trotzdem mal zu hoch Okay Dann Bau ich hier mal Hier mal Zack 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 Ich möchte Kissen bauen Zack Ah Ein bisschen höher Ein bisschen niedriger Ein bisschen höher Oh, ich bin jetzt hier Ach, komm Ach, komm Diese scheiß Drachen Haben wir hier Zack 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 Höher So ungefähr zack du quellen dich quellen wir auch ab zack zack mit rega zack zack mit rega ja mit rega zack 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 Jetzt bin ich niedrig. Zack. 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 Jetzt bin ich niedrig. Zack. Zack. Schade. So. Ein letzter Versuch. Okay. Das wird aufgegradet. Das wird aufgegradet. Du machst es allein. Zack. 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 Und da. Zack. Noch mal runter. Zack. Hoch. 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 Der war immer perfekt eingestellt. Auf dieses Mal. Perfekt. Perfekt. Zack. 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 Ich strebe. Ich strebe. Ach komm. Hm. Uff. Ja, ich hab schon verstanden. Jetzt komm schon. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Mann. Ja, dann verbleibt es hart. Bisschen auf, wurscht. Verbind dich. So. Zack. 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 Schießt er gleich. Ah, da schon. So, ja, Geheimdienst. So. Upgraden. Upgraden. Tätig. Ah, ich hab das schon langsam raus. Genau. Und jetzt. Okay, ich hab das schon. Perfekt. Perfekt. So. Zack. 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 Und jetzt müsste das alles zu sterben werden. Geschafft! Endlich! Das war zu anstrengend. Aber ein weiteres Sieg des Imperium. Miniguns, Mörser, Panzerbrechende Prästationswaffen. Was haben Sie noch? Ein kluger Mann behält seine Geheimnisse für sich und sagt dafür, dass seine Waffe stets geladen ist. Sagen wir einfach, Europa wird bald ein echtes Feuerwerk erleben. Geheimnisse? Hm. In den Überresten ihres Volts haben wir gerade die Position des riesigen Öffels entdeckt. Wenigstens ist ihre Waffe geladen. Und wir haben Europa freigeschalten. Das wir aber noch nicht besuchen werden. Aber das sehen wir alles nächstes Mal. Und tschau. Ja. 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 Ja.